Was ist der Unterschied zwischen Gicht und Arthritis? Obwohl Gicht und Arthritis beide durch Gelenkschmerzen gekennzeichnet sind, sind die zugrunde liegenden Ursachen für diese Schmerzen unterschiedlich. Die Ansammlung von Harnsäurekristallen in den Gelenken, die Schwellungen und Schmerzen verursachen, wird als Gicht bezeichnet. Dieser Zustand verursacht Schübe, die durch eine Gelenkentzündung gekennzeichnet sind, die selbst Arthritis ist. Es gibt verschiedene Formen von Arthritis, die andere Ursachen haben als die Ansammlung von Harnsäurekristallen. Gicht und Arthritis unterscheiden sich in den betroffenen Gelenken, im Alter und Geschlecht der Betroffenen sowie in der für diese Erkrankungen verordneten Behandlung und medikamentösen Therapie. Arthritis kann unter anderem degenerativ oder rheumatoide sein. Gicht wird weder als degenerativ noch als autoimmunerkrankung angesehen, wie dies bei Rheumatoide Arthritis der Fall ist. Obwohl Gicht und Arthritis Menschen jeden Alters und beiderlei Geschlechts betreffen, gibt es einige deutliche Unterschiede bei den Patienten, bei denen diese Erkrankungen diagnostiziert wurden. Männer mittleren Alters sowie Frauen, die die Wechseljahre durchlaufen haben, stellen die Mehrheit der Gichtkranken. Jüngere Menschen entwickeln selten Gicht, aber diejenigen, die vor dem 30. Lebensjahr daran leiden, neigen zu sehr schweren Symptomen. Patienten mit Arthrose, auch als degenerative Arthritis bekannt, haben in jungen Jahren nur wenige bis gar keine Symptome. Rheumatoide Arthritis tritt im Gegensatz zu Gicht bei Frauen viel häufiger auf als bei Männern. Sie tritt normalerweise im Alter zwischen 25 und 50 Jahren auf. Gicht und Arthritis unterscheiden sich nicht nur in der Art der betroffenen Patienten, sondern auch in der Art der Erkrankung. Beispielsweise ist Rheumatoide Arthritis eine Autoimmunerkrankung, wohingegen Gicht ein Zustand ist, der auftritt, wenn der Harnsäurespiegel im Blut zu hoch ist, weil die Nieren nicht genügend Säure im Urin eliminieren können. Deshalb können Gicht und Arthritis mit verschiedenen Arten von Medikamenten behandelt werden. Immunsopressiva werden manchmal zur Behandlung von Rheumatoide Arthritis, aber nicht von Gicht eingesetzt. Anti-Gicht-Medikamente gehören häufig zu den Medikamenten, die bei der Behandlung von Gicht, aber nicht bei anderen Formen von Arthritis eingesetzt werden. Gicht und Arthritis unterscheiden sich auch geringfügig in den spezifischen Gelenken, die betroffen sind. Am stärksten von Gicht betroffen sind Gelenke an den Füssen, insbesondere an der Basis des großen Zehs, sowie an Knöchel, Knie, Handgelenk und Ellbogen. Arthritis kann auf der anderen Seite jedes der Gelenke betreffen, verursacht jedoch Schmerzen in den Fingern, im Nacken, im unteren Rücken, in den Knien und in der Hüfte. Gicht und Arthritis unterscheiden sich auch hinsichtlich der Kontrolle der Schübe von Patienten. Gichtkranke können helfen, Gelenkschmerzen, die als Gichtarthritis bekannt sind, zu lindern, indem sie auf alkoholische Getränke und hochpurine Lebensmittel verzichten. Alkohol beeinträchtigt die ordnungsgemäße Funktion der Nieren und Purine in Lebensmitteln werden vom Körper in Harnsäure umgewandelt. Hochpurine Lebensmittel sind Sardinen, Hering, Spargel, Sardellen, Organfleisch und Pilze.